Das ist ein sehr kleines, selektives Meeting, das heißt, man kann sehr leicht interagieren mit vielen anderen Menschen hier. Auf der anderen Seite sind die Beiträge von höchster wissenschaftlicher Qualität, sehr exklusiv und ja, das Konferenzprinzip schafft es immer wieder verschiedenste Disziplinen hier zusammenzubringen, das heißt, man findet sehr schnell, kommt man zu neuen Ideen und man kann sehr schnell erfassen, wo eigentlich die Wissenschaft, in welche Richtung sie sich bewegt. Finde ich sehr interessant und hochspannend. Es ist eine gute Alternative, die sich mit den Informationen mit den Flera-Scientisten zu vermitteln. Das ist fantastisch. Ich denke, es ist vielmehr mehr multidisziplinarisch. Es ist ein Weltklasse-Science. Es ist eine große Herausforderung. Es ist eine große Herausforderung, die sich mit den Flera-Scientisten zu vermitteln und zu lernen. Es ist ein wunderbares Konferenz. 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 Es ist ein wunderbares Konferenz.